So, ähm, wir suchen natürlich weiter. Alter, wie der Herr Heckspoiler da reingeht, auch geil. Ähm, dumm, 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 was haben wir denn hier drüben? Ja, ja, mal drei Sterne, da unten. Auch drei, wohl auch alles drei. Hier zwei, was haben wir da oben noch? Da oben war doch auch noch was. Ist halt ein Stückchen. Ähm, eins, eins, und eins. Hahaha, das ist ja auch mal geil. Fahren wir mal hier in das... Oh, nee, der ist sogar hier ein bisschen näher dran. Ich dachte, nicht so. Hier auf den da. So, dann mal los. So, gleich fährt der Spoiler wieder raus. Das sieht so geil aus, wenn er reinfährt. Dann fährt er rein, jetzt. Voll geil. So, wir gehen einmal auf die Autobahn. Oh, da fährt ein Kopf rum. Okay. Oh, hier können wir eine Runde jumpen. So, gleich fliege ich ins Wasser oder so. Ui. Ah, der ist mal nicht so weit gesprungen. Aber ich bin noch nicht so schnell gefahren. Ein schnelles Objekt in meinem Gebiet ausgemacht. Könnte ein 1044 zu einem Orber. Das sieht auch geil aus mit den Videen. Ist eigentlich eine coole Idee, dass man da die Flugbahn sieht. So, Alter, hier kommen wir einen Lotto-Racer entgegen. Keine Fahrt in meine Richtung. So, da vorne ist es ja auch gleich dann irgendwo. Hallo, was macht der? Ja, da vorne ist es auch gleich irgendwo. Ja, vor welchen fahren. Okay, wo müssen wir hin? Rechts, links? Ich glaube gar nicht, da können wir einfach nur geradeaus fahren. Aber ich wollte natürlich nur durch die Tanke durchfahren. Das kann man nur von der Seite. Ich kann ja nicht falsch noch mal in die Tanke reinfahren. Also bitte. Das ist doch ein realistisches Spiel hier. So, ein bisschen zurück. Ähm, hallo? Die Sirene an, dann bestattet nicht das Event. So, auch wieder nur 7 Kilometer. Ein relativ schnelles Rennen. Hier kommt ein Cop, da gibt es erstmal, nee, Zeitstrafe. Sehr geil. So, wow. So, ist ja ein bisschen eng. Ich hätte mal, ah ne, keine Abkürzung machen können, weil hier ist ja Checkpoint. Das ist ja natürlich auch mies. Ja, da ist die Abkürzung gefahren, wäre dann, ja, ja. Äh, war ein paar Folgen gestartet? Hallo? Das ist ja mal, wenn man einen crasht oder so, aber ich habe da gar nichts gemacht. Find ich jetzt mal auch ein bisschen seltsam. Dafür gibt es ja erstmal eine Zeitstrafe. Ja, genau. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht mal, wo der Racer war. Na, die Kurve, die hätten wir auch besser machen können. Aber, ja, es war keine Kurve, war da eigentlich eher fast eine Kreuzung. Und, ja, wo der Racer würde, was geht? Let's go. So, ja, einmal über so ein richtiges Stadtrennen. Aber so ein Stadtkurs, ja, und ein Rennen ist ja auch nicht ganz. Einmal durch die City. Die Polizei benutzt halt auch mal die komplette Straße, auch mal geil. Fahrt einfach so auf dem Mittelstreifen rum. Jaaa, doch noch, gut rausgeholt. Schon gedacht, der wird ein bisschen schlechter. Ich habe einen beinahen Unfall gehabt gerade. Warum stand das gerade dran? Okay, warum hatte ich jetzt am Ende einen beinahen Unfall? Ich bin gegen die Wand gecrasht und da kommt ein beinahe Unfall raus. Okay, komische Sache. Ich habe hier auch gerade noch hohe Geschwindigkeit, aber da hat das ein bisschen hinterhergegangen. Hier haben wir doch auch noch, glaube ich, einen Stern. Was haben wir hier hinten? Ja, machen wir das da noch einen Ticken näher. Und dann haben wir auch die drei schnelleren 60 Gold. So, vielleicht kommt noch ein Race oder so, dann können wir den mal noch ein bisschen slammen. oder irgendeinen Treffer machen. Müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Ich brauche nicht einfach einen Kopf, aber... Oh, der verfolgt auch sogar einen. So, wo geht der hin? Ja, aber von EMP reicht es, glaube ich, nicht mehr. So, weil hier... Ich... einmal das Rennen... Hallo, 360! Haha, okay. Ich habe nur auf Bremsen und Hand. Haben Sie gedrückt und der macht hier eine schöne Pirouette. Umgehende 10.30 auf der Interstate 4 benötigt. Alle verfügbaren Einheiten zu diesem Einsatz melden. Auch nicht wahres von 10.30. So, diesmal ein bisschen länger. 10 Kilometer. Oder knapp 11. Zentrale sind Einheiten für Verstärkung frei. Ab 10. 4 Einheiten sind auf dem Weg. So, dann lassen wir mal hier... und hier Zeitstrafen einkassieren. Aber... der da... wäre ich mir gerade ein bisschen auf den Sack gegangen. Dafür geben wir erstmal eine Runde baden. So... Da kommt wieder eine Strafe rein. Und nochmal, weil es so schön ist. Ich finde es ja geil, wie die Racer halt hupen bei einem Cop. Auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es soll richtig provozieren. Cop, aus dem Weg. Dann nehmen sie mal schnell vorbei. Der hat ja... ne... billige Karre. Aber, aber... die Crash ist mal wieder. Wenn die nicht wären, dann wäre ich richtig gut. Dann wäre ich mal so richtig gut in dem Spiel. Aber irgendwie... passiert es halt mal ab und zu... so 500 Mal in einem Part. So, kommen wir jetzt langsam auf die Autobahn oder wie. Ist ja auch mal easy. Oder habe ich gerade gerupt? Also ich habe ja nicht gerupt. Also nicht mit Absicht, aber falle ich ja automatisch. So, oh, bei Nahanfall. Ding! Brauchen wir noch. Bei Nahanfall. So wie der gerade. Der wäre beinahe zu einem bei Nahanfall geworden. So sieht es nämlich aus. Kann ich aus der Autobahn gerade ausfahren? Ist ja eigentlich easy. Also zum Beispiel... Also ich meine easy, ins Ziel zu kommen. In der vorgegebenen Zeit. So, oh, hallo, was ist hier? Verkehr? Na, ich... ... hab mich schon überlegt links vorbei. Ja, aber dann habe ich gedacht, warum nicht rechts? Aber... Na ja, hat der super funktioniert. So, dann kommt das blöde Ziel. Von Checkpoint. Beziehungsweise der letzte müsste wohl das Ziel sein. Also kein Checkpoint, sondern das Ziel. Hier, da vorne einmal. Hallo! Oh! Alter, der kommt einfach von mir auf. Das ist ja mal auch genial. So, bei Nahanfall haben wir auch alle. Jetzt gehen wir mal auf den Racer hier. Machen wir mal einen Slam. Flop! 11,51. Einheit beschädigt, aber weiter im Einsatz. Aktiv verstanden. Einsatzleiten in Code 3 verbrüttet. Wo tritt ich den damit? Jo, hab ich sogar. Um Code 3 verdächtiger getroffen. Jetzt hat er nämlich gehört. So, Alter, die Schockwelle. Oder hat man das Schockwelle auch sogar so einen kleinen Boost bekommen oder so? Weil sich von mir, glaub ich, weggestoßen hat, oder? Haben gerade ein bisschen so rüber. Ja, genau. Noch schön hinten rein. So, wartet der da hinten irgendwie? Ich weiß nicht, ob ich hier hinten die Funke sehe. Ach, wer? Oh! Na, super. Einmal hier rum. Oh, schön, der Mongo. Na, ich. Was? Da sagt die Straßensperre. Aber nicht Nagelband. Und beim Nagelband hab ich ja noch richtig gut aufgepasst, aber nein, nur sagt die Straßensperre. Ich brauche Verstärkung, sofort. Alter, ich fahr hier grad in jedes Zivilfahrzeug rein. Alter, ich fahr hier grad in jedes Zivilfahrzeug rein. Verstärkung ist unterwegs, steckt aber in Stau. Melde mich soweit an und es bleibt klar. Verstärkung ist unterwegs, aber im Stau. Was ich das mal nicht durch sage. Ich fahr mal hier hoch. Kontroll, wir können das Ziel wieder sehen. Okay. Hier geht's nur und lang. Die Nagelattacke. Was ist mit der Nagelpistole hier hin? Die war... Ja. Da war die Nagelattacke.